Es regnet, es regnet, es wurde nicht höchste Zeit, es regnet, es regnet, es wurde höchste Zeit. Heute können sich alle, die heute gießen wollten, das Gießen sparen. Naja, wenigstens ist es heute nicht schwül draußen, sondern schön kühl und damit die Luft ein bisschen gefiltert wird, wisst ihr? Wenn es jetzt noch knapp über 30 Grad wäre, würde es jetzt quasi donnern.